Zufriedenheit Hallo ihr Lieben, was ist eigentlich Zufriedenheit? Wenn wir darüber nachdenken, würden wir sagen, Zufriedenheit? Na ja, alles was in meinem Leben gut klappt. Zufriedenheit ist eine Grundlage, um besser zu leben oder besser gesagt, zufrieden mit sich selbst zu sein. Dann haben wir mit der Zufriedenheit ein erfülltes und glückliches Leben. Sind wir aber mit uns selbst unzufrieden, dann schwächt man sich selbst im eigenen Selbstvertrauen mit dem eigenen Selbstwertgefühl. Und das ist letztlich der Schlüssel zum Leben, nämlich mit sich selbst im Reinen zu sein. Denn im extremen Fall führt Unzufriedenheit sogar zu Depressionen. Doch das ist leicht gesagt, denn immer wieder kommen einem Fragen und Zweifel auf, bedingt durch irgendeine momentane Situation und dann fragt man sich. Bin ich der Mensch, der ich gern wäre? Gibt es Eigenschaften, die wir gern hätten oder vielleicht auch ablehnen? Zweifellos, es ist nicht immer einfach. Klar ist, Zufriedenheit fängt immer mit uns selbst an. Sie kann nur in uns entstehen und keiner kann sie uns geben. Ja, wir müssen sie uns selbst erwerben. Astrologisch ist dies gut zu sehen und zu erklären, auch in einem persönlichen Horoskop oder in esoterischer Arbeit. Kann für jeden Einzelnen eine Antwort gegeben werden, wenn er Hilfe braucht, beziehungsweise eine Antwort sucht und finden will. Ich, DERIA, kann dir helfen, deine Fragen zu beantworten, auf die du selbst keine Antwort findest. Du brauchst mich nur anrufen. Hier unten ist meine Telefonnummer eingeblendet. Oder gehe auf meine Homepage, derialichtvolleengelkontakt.de und schau dir mein Angebot meiner Leistungen an. Vielleicht helfen dir auch meine Feedbacks, wenn du liest, was die Kunden für Erfahrungen mit mir gemacht haben. Glaube mir, ich habe die Antworten auf deine Fragen. Und ich freue mich auf dich. Ruf mich einfach an. In lichtvoller Liebe, DERIA Und ich freue mich auf dich.